Die Böse. Die Böse. Ja, so. Zack. Wie ist das hier? Wie viele Jahre? Seitdem. Ich bin jetzt 52 und... Wie geht das an? Mach mal aus den Schott. Wunderlich. Ich will das einmal mitreden. Ich kenn's nicht. Ich kenn's nicht. Ich will keine Migräne haben. Aber ich will einmal nicht. Und? 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 wird es weniger ich darf jetzt nicht so viel drüber nachdenken dann hole ich vielleicht den wieder hoch das hat sich jetzt alles hat sich jetzt ok jetzt noch den verzweifel alles gut danke Danke. Oh, nicht heulen. Dann mache ich den so fast. Super, ja. Ja. Ich glaube, ich muss heute auch mal besser. Achso, ja, das wollte ich auch noch holen. Jetzt habe ich hier alle. Das darfst du. Wie lange hast du es gehabt, seit du sechs bist? Ja. Und keiner kommt mehr hin, die von Arzt zu Arzt geredet worden. Ja. Und da kommt alles für die Hände. Es war auch für vier Wochen mal noch Diagnose, kurz den Hörsturz abzukriegen. Ich muss ja beide drauf haben. Nicht so vor halb oder was? Ja. Alles auf Facebook stellen. Das ist süß. Ja. Ein kleines bisschen. Kann sein, wenn wir die Zeit noch machen. Ja. 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 Ja.